Freunde, was geht ab? Und jetzt kommt es wieder auf meinem Kanal Affu. Und heute zeige ich euch mein FIFA 23 Team, also wie es gerade stand, von meinem FIFA Team ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen doch direkt an. Also im Tor. Ist nicht der geilste Torwart, muss ich ehrlich sagen. Wir spielen Martinez. Ja, das finde ich ein ganz geiler Torwart eigentlich. So in der rechten Innenverteidiger spiele ich Djukunde. Auch ein sehr guter Innenverteidiger, also kann ich nur empfehlen. Linker Innenverteidiger, Rüdiger Once to Watch, hatte ich in meinem Once to Watch Pack. Ja, ist auf jeden Fall sehr geil. So, Rechtsverteidiger ist nicht der geilste, zieht man auch manchmal. Ja, Trent Alexander-Arnold. Linksverteidiger ist eine Icon, und zwar Ashley Cole. Ja, Ashley Cole. Genau, der bringt auch die erste Chemie für Trend. So, dann rechter ZM spiele ich The Paul. Ja, finde ich, spielt sich auch ganz gut. Linker ZM spiele ich Toni Kroos in Form. ZM spiele ich Pa-Ji-Sung, hatte ich in meinem Vorbesteller Hero World Cup Pack. Spielt sich auf jeden Fall sehr geil, muss ich ehrlich sagen, ja. Dann kommen wir zu dem Sturm. Wir fangen an mit dem rechten Flügel. Das ist ein neuer Spieler aus dem neuen Event. Und Platter. Ich habe ihn vorhin gezogen, tatsächlich. Ja, und ich finde einfach seine Karte geil. Spielt sich geil. 94 Tempo auch. So, linker Flügel ist richtig krass. Und zwar David Ginola Hero. Ja, der spielt sich so krass, muss ich ehrlich sagen. Und im Sturm. Erling Haaland. Erstbesitzer. In Form. Untrade. Und ihr seht auch schon. Gespielte Partien. 129. Und Tore. 194. Äh, 154. Und, ja. Das ist krass. Er spielt sich so krass. Es lernt sich natürlich. Mein Vieh. Ich denke, wir wollen ja zwar ein bisschen schlechter gemacht, aber, ja. Wir spielen ihm in den Sturm. Am Ende. Achso, mein Manager noch. Mein Manager ist ein Bronzemanager. Ja, gut. Der hier, der bringt dann Halle und nochmal Chemie. Eigentlich könnte ich sogar hier für ihn noch. Warte mal. Könnten. Könnten wir nicht eigentlich einen aus der La Liga, das er dann Chemie bekommt und halt aus. Okay, warte mal. Lass mich jetzt mal nachgucken. Manager, La Liga. Und Norwegen. Gibt's. Hallo, ich kann ihn auch einfach La Liga geben. Das wusste ich gar nicht. Das geht. Manager, La Liga. Äh. Das ist SP oder so. Hä? Haben wir davon keinen? Hä? Also, ob ich davon keinen hab? Okay, dann kaufen wir uns den kurz. Kaufen wir uns den hier, weil den hab ich noch nicht für 1K. Sondern. Warum? Egal. Ja, okay. Freunde, ich würde dann sagen, das war's auch mit diesem Video hier. Ja. Und ciao, ciao. 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 Vielen Dank.